Ich glaube, jetzt gehen wir mal zu Martin Röhr. Ja, wir nützen die Pause jetzt für einen Kurzurlaub in der Komödie am Kay. Das heißt, wir nicht, meine Herren. Es ist nämlich ein reiner Damenurlaub. Zumindest als solcher ist er geplant, bis die unvermeidliche Affäre dann doch passiert und das Ganze in ein ziemlich turbulentes Chaos stürzt, wie wir bei den Proben gesehen haben. Heißt das, du ziehst aus? Du bist doch noch gar nicht richtig angezogen. Ich meine eingezogen. Der Inhalt war vor dem Titel da. Es gab einen Urtitel, der hieß Anders. Und dann hat man gesagt, welcher Titel würde jetzt wirklich gut dazu passen. Ich finde ihre direkte Art voll cool. Sie sagt, was sie denkt. Wenn ich sagen würde, was ich denke, würdest du das nicht sagen. Mit meiner Mutter und einer Freundin. Das war auch nicht so ohne, muss ich sagen. Weil die Mama war dann zu Hause und wir zwei Mädels sind dann fortgegangen abends. Wenn Gabi hier ist, dann bedeutet das ja, dass du eine Freundin bist von meiner. Ich war noch nie auf einem Frauenurlaub. Also das, ich bin am liebsten mit dem Erich in den Ferien oder ich nehme die Eltern mit. Verdammt, der Erich kam und sagte, ich habe ein gutes Stück, lies es mal und ich würde es gerne bei dir uraufführen. Und ich habe das Stück gelesen und gesagt, ja, super, das machen wir. Heißt das, du triffst dich mit einem Mann? Ja, mein Gott, was ist da so außergewöhnlich, dass eine Frau sich mit einem Mann trifft. Wo? In erster Linie geht es ja darum, dass die drei Damen, die beschließen, einen Frauenurlaub zu machen, auch unter dieser Verabredung den Frauenurlaub machen, keine Männerbesuche und keine Flirtereien im Damenurlaub. Darum geht es. Schätzchen, nur damit es jetzt hier kein Missverständnis gibt, ist der Kerl da draußen mit der Schirmmütze, dem Hawaii-Hemd und der Sonnenbrenner, der gerade ziemlich nervös etwas in sein Handy tippt und der vergeblich versucht, sich hinter einer Palme zu verstecken. Ist das denn Mr. Reit? Ja, habe ich dir doch gerade erklärt. Efi ist eine ganz leichte Figur. Sie ist eine sehr unbekümmerte Person. Sie lebt sehr gesund. Und macht viel Yoga und freut sich auf einen tollen Urlaub mit ihren Freundinnen und hat eine Affäre mit einem verheirateten Mann. Alarm! Giftschlangen-Alarm! Was? Ja, im Ressort wurde eine Giftschlange gesichtet. Jeder hat ein Geheimnis und jeder belügt jeden. Und dann wird alles hektisch und jeder versucht, seine Haut zu retten in dem Ganzen. Letzte Proben der Komödie Männerfrei, geschrieben von Erich Furrer mit Unterstützung seiner Ehefrau. Premiere des chaotischen Kurzurlaubs, der in einen dramatischen Liebesthriller kippt, ist Donnerstag. Alle Stücke, die ich geschrieben habe oder meine Shakespeare-Fassungen, habe ich immer selber, meine Musicals, ich habe immer geschrieben, Regie geführt und selber gespielt. Meistens eine kleinere Rolle, aber manchmal auch eine größere. Ich kenne das irgendwie gar nicht anders. Und viele sagen, ja, das nächste Mal musst du aber jemanden haben. Ich sag's euch, das war die Nacht meines Lebens. Oh, ich bitte um Verzeihung, ich habe sie gar nicht gesehen. Und da bin ich auch ganz froh darüber, dass ich als Frau dann nochmal drüber schauen kann, weil man doch, gerade bei so einem Damenurlaub, die Damen, die da miteinander sprechen, die Freundinnen, die sich austauschen bei so einem Urlaub, ja, die Gespräche doch ein bisschen anders führen, als die Männer sich das vielleicht manchmal vorstellen. Die Deko kommt erst relativ spät, die kommt eine Woche, weil man spielt die letzte Vorstellung, dann wird am Sonntag die Deko umgebaut und dann haben die Schauspieler eigentlich nur vier Tage Zeit, sich an das zu gewöhnen. Also das ist eine Herausforderung für alle. Komm, gib Gabilein jetzt einen Begrüßungsguss, zieh mich nicht. Mag schon, du hast uns doch gerade gesagt, du möchtest dich in aller Form bei deiner Frau entschuldigen. Also das ist die schwierigste Szene, dass wir nicht lachen müssen. Der Erich, wenn er diese Brille auf hat mit diesen zerzausten Haaren und dann halt so ein bisschen dämlich naiv reinblickt und wenn er mir dann sehr, sehr nahe kommt, das ist dann, das ist für mich eine schwierige Situation, aber für uns beide. Du wolltest dich doch in aller Form bei deiner Frau entschuldigen. Mach schon. Man ist da ein Mensch. Also es gibt Leute, die überhaupt keine Lachwurzeln sind, also die können wahnsinnig ernst bleiben. Und ich gehöre eher zu zweiterem. Also das Schlimme ist auch, also wenn es mal losgeht, meine Frau zum Beispiel kann das vollkommen, also hat das im Griff. Du wolltest dich doch in aller Form bei deiner Frau entschuldigen. Ich glaube, das wird nichts mehr. Ich glaube, das wird nichts mehr.